Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Bretton Tech Festival Hauptquartier. Wir sind hier zu der offiziellen Verlösung für die kostenlosen Tickets zum Arm. Wir haben vier kostenlosen Tickets für vier glückliche Gewinner und jetzt ziehen wir auch schon die ersten. Der erste glückliche Gewinner ist Ralf Kummer. Ralf Kummer, du darfst am 17.9. kostenlos zum Rapp'n'Tech Festival kommen und wir freuen uns auf dich natürlich. Nun zu unserem zweiten Gewinner. Der zweite Gewinner ist Nils Löw. Ich weiß nicht, ob du vielleicht zur Wand bist mit unserem Bundestrainer, aber vier Verträg sind gleich nach. Nils Löw, du bist natürlich auch herzlich willkommen. Für den dritten und zweitesten ist Arthur. Ich weiß nicht, ob du noch einen Nachnamen machst, aber auf jeden Fall Arthur, du darfst auch kommen. So und jetzt zu unserem letzten großen Gewinner, der wird es so sein, ist Daniel Nickel. Nickel, du bist natürlich auch recht herzlich willkommen und wir freuen uns auf euch am 17.9. zum Festival und ja, wir freuen uns.